So, Stream-Markierung. Rogue Justice 84 bei Dedelec Entertainment. Ein Strategiespiel. Das ist der Infine-Seite. Vielleicht bin ich da auch drauf. Kannst ruhige Werbung machen. Oder schickst mir per PM. Oh, das erinnert mich an das Spiel, was wir vor einem Jahr gespielt haben. Glaub ich leider nicht in Deutsch. Schade. Ich kann es ruhig reinhauen. Passival. So, aber viele Minispiele. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich warte alles. Ich habe jetzt extra ein bisschen in die Länge gezögert, weil ich auf meine Lieferung warte. Hä, wieso kann ich denn das nicht? Hä, wieso kann ich denn das nicht? Habe ich bisher nur kurz angespielt? Wollte ich mit Kumpel spielen? Wollte ich allein nicht anfangen? Habe nur kurz reingespielt. Und wie kommst du auf 5000 Besucher am Tag? Von Videos oder von Walkthroughs oder von Werbung oder wie setzen sich die 5000 Zuschauer zusammen? Warum kommen die Leute auf deine Seite? Christopher Nelson. Inspiriert wissen, da stehen Personen, Orte, Unternehmen und Ereignisse frei erfunden. Etwaige Übereinstimmungen sind rein zufällig. Ah, das erinnert mich wirklich stark an das Spiel, was wir letztes Jahr gespielt haben. Einstellungen. Einstellungen. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Das ist ein ganz anderer Stil, den Daedalic sonst spielt. Ich bin echt mal gespannt drauf. Jim war ein aufsteigender Stern. Er hat mich auf die Reise mitgenommen. Die Korruption in der Abteilung war ein offenes Geheimnis. Keine Chance, dass Jim das durchgehen lassen würde. Jim hat mich immer auf dem rechten Weg gehalten. Sie können sagen, was Sie wollen. Aber es war ein abgekartetes Spiel. So einfach ist das. Ein ehrlicher Bulle in Seneca? Jim hatte nie eine Chance. Es kann im Gefängnis nicht einfach gewesen sein. Selbst für jemanden wie Jim. Heute ist der Tag, an dem Seneca City zur Hauptstadt der Morde in den USA wird. Ich erkläre hiermit, dass das Seneca-Vollstreckensgesetz ab heute in Kraft ist. Schön, doch in Deutsch. In einer unglaublichen Wendung der Ereignisse wurde der ehemalige Superpolizist Jim Baylor freigesprochen. Wir hatten so ein ähnliches Ding. Hast du die Map gesehen und musstest deine Detektive und Polizisten jeweiligen Tatorten oder Ereignisorten zuweisen? Ich stelle mir vor, dass das so ähnlich ist. Die Leute reden nun mal. Da muss man vorsichtig sein. Aber jetzt kann es mir ja egal sein. Ich hätte nach der Sache hinschmeißen sollen. Aber das habe ich jetzt hinter mir. Ich bin jetzt unabhängig. Wie ich es immer wollte. Scheiß auf die Rente. Vor drei Jahren. Nach der Verabschiedung des SEA wollte jeder Ex-Bulle, Ex-Agent, Ex-Was-Weiß-Ich-Eine-Eigene-Firma gründen. Ein gottverdammtes Chaos. Wofür steht sie? Gute Frage. Seneca Enforcement Act. Nach deiner Einbuchtung geriet die Verbrechensrate außer Kontrolle. Enforcement Act. So sehr, dass sogar die Bürokratie zur Zulassung von privaten Sicherheitsfirmen abgeschafft wurde. Das SCPD kommt nicht damit klar oder will nicht. Darum sind jetzt die privaten Sicherheitsfirmen am Zug. Der SEA hat vieles möglich gemacht. Die Stadt geht vor die Hunde. Aber so viel Arbeit, das musste ich ausnutzen. Aber du kennst mich. Ich bin nicht gerade und ich war auch nie gut in Diplomatie. Einige Typen, mit denen ich die Firma zu tun hatte, haben mich fertig gemacht. Vielleicht habe ich ein paar Brücken abgebrochen. Kennt ich lange genug, das ist ganz Smalltalk, worum geht's. Ich brauche dich, Jim. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Klar, Roman. Und der Freunden gibt es festen Halt. Wie gesagt, Brücken abgebrochen, bla 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 bla. Kurz gesagt, ich habe einige große Jobs nicht bekommen und kann gerade die Büromiete nicht zahlen. Wie schlimm ist es denn? Aber egal. Ich habe ein, zwei Sachen in Aussicht. Und wenn meine Auftraggeber hören, dass Jim Baylor am Start ist, reicht das. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Dein Name wurde reingewaschen. Die Klienten mögen mich nicht. Mit dir als Gesicht der Firma wäre das was anderes. Du erledest ein paar Jobs, die das Vertrauen wiederherstellen. Penny und Larry halten die Stellung. Sie verdienen was Besseres, aber verrate sie ihnen nicht. Ohne ihre Unterstützung... Wer deine Flausen ertragen kann, muss schon jemand Besonderes sein. Aber wer könnte zu diesem Gesicht schon Nein sagen? Hier ist die Firma. Sieht nach nichts aus, ich weiß. Wie gesagt, müsste mal renoviert werden. Um Fälle anzunehmen, musst du in der Firma mit Fallreferenten sprechen. Okay. Fälle sind in Fall-Sets zusammengefasst. Ein Fall-Set besteht also aus mehreren Fällen. Fallreferenten können dir Fall-Sets übertragen, deren Fälle alle abgeschlossen werden müssen. Okay, dann fangen wir mal an. Nimm dein erstes Fall-Set an. Ja, ich muss gerade das Bild runterladen. Google Bilder. Download. Es gibt viele verschiedene Arten von Fällen, wie Sicherheit, Fendung, Ergreifen von Flüchtigen, Nachtschichten und 24-7. Ein Fall-Set besteht aus einer Reihe von Fällen, die du in einer bestimmten Zeit abschließen musst. Das Fall-Set annehmen sofort. Gerade das Bild hochladen. Jo, den nehmen wir an. Das sind deine aktuell verfügbaren Mittel. Das ist ja eher dürftig. Zuerst musst du deinen Agenten anwerben. Über Plus rufst du den Agentenbildschirm auf. Agenten sind das A und O der Firma. Alle Agenten verfügen über einzigartige Biografien, Eigenschaften, Inventare und potenzielle Qualitäten. Agenten sind vielbeschäftigte Leute und eine Firma ist nicht die einzige in der Stadt. Als Freischaffende haben sie die Möglichkeit zu arbeiten, wann sie wollen. Daher ist der Agentenpool dynamisch. Wenn du neue Agenten engagierst, werden die derzeitigen Verfügungagenden angezeigt. Der Pool wird regelmäßig aktualisiert. Agenten sind Freiberufler und werden nur vorübergehend engagiert. Sie sind über den Agentenpool der Firma verfügbar, der regelmäßig aktualisiert wird. Agenten haben unterschiedliche Stufen. Agenten mit höheren Stufen haben normalerweise bessere Werte. Im Moment sind nur Agenten der Stufe 1 verfügbar. Aktionspunkte sind wie Ausdauer. Jede Aktion verbraucht unterschiedliche Anzahl von Aktionspunkten. Also hat wahrscheinlich jeder Agent genau verschiedene Aktionspunkte. Ein Wertewurf wird verwendet, wenn ein Agent versucht, ein Hindernis zu überwinden. Werte bestimmen die Anzahl der Würfel, die ein Agent für einen Wertewurf zur Verfügung hat. Ach Gott. Standardmäßig haben wir zwei Ausrüstungsplätze. Das möchte ich jetzt kaufen. Jeder Agent hat einen anderen Lohnsatz. Was ist denn deine Stufe? Für dieses erste Falset hat anscheinend Agent Linea Mahalia die beste Eigenschaften. Okay, und woran sehe ich, was das Beste ist? 1, 2, 1, 11 Energiepunkte. Na, dann heuern wir die doch mal an. Wie viele sind das? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lass uns mal einen Blick auf die Achievements werfen. 51 Achievements? What the fuck? Holy shit! Okay. Der Agent wurde deine Teamliste hinzugefügt. Du kannst hier zusätzliche Agente verarbeiten, dass es ein Dauerverwirr wird. Aber du machst dir jetzt keinen Kopf darum, du hast dringend, das zu erledigen. Im Hauptmenü kann das Spiel gespeichert und geladen werden. Hier wird der Zeitverlauf angezeigt. Okay. Pausieren. Normal. Vorspulen. Das heißt, wie kommen wir da hin? Speichern, Laden, so. Und Fallübersicht. Speichern. Speichern wir doch direkt mal hier. Transportiere mehrere Geldkassetten mit wertvollen persönlichen Gegenständen. Wir werden einige Sicherheitsleute brauchen. Dreh dich um den Schutz von Objekten oder dem Induellen. Jeder Fall hat eine Stufe, die sich auf die Schwierigkeitsstufe des Wertewurfs auswirkt. Geld, Ruf, IP, Loyalität und Aktionspunkte sind die Belohnung. Gehen Sie zur Bank, holen Sie Geldkassetten und geben Sie mir mit schnellen Auffassungsgaben, zumindest mit großer Geschicklichkeit. Okay. Das sehe ich wie genau. Genau. Ja, dafür müsste ich die Symbole kennen. Die Entfernung. Okay, wo ist der Start? Die Entfernung zum Fall. Bestimmt, wie viele Aktionspunkte gebraucht werden. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Was für... Wir brauchen Ihre Unterstützung bei diesem Sicherheitsauftrag. Mit einem Auge fürs Detail und jemanden, der flink ist. Pfff... Okay, den Fall kann ich wohl gar nicht annehmen, hä? Pfff... Ich brauche Ihren besten Agenten bei diesem Sicherheitseinsatz. Ich kann gar nicht X drücken. Wahrscheinlich muss ich Asien Agenten wählen, hä? Ah, da ist die Firma. Wie zoome ich rein? Stehe. Ich komme da gar nicht hin. Wie kann ich den Agenten darunter beordern? Ne, wieso hüppt ihr denn immer wieder rum? Stehe ich jetzt gerade nicht. Ich kann den Agenten gar nicht. Ich bin halt schon mal ein bisschen wohnt. Jetzt können Sie mich auf das Arme Uschki agriculturalen anbinden. Wo wir die Erreignisse in den Abschleichen machen. Bevor ich das. Ich bin ein bisschen mit dem Verabouter. Ich bin ein bisschen wie bei mir. Das ist ein bisschen... ... entonces ist es ein bisschen. ... Ich bin ein bisschen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Mal gucken, ob sie das gut macht. Ziel erreicht. Sobald ein Agent sein Ziel erreicht hat, steht dir eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um ihm zu sagen, wie er vorgehen soll. Wenn du zu lange brauchst, wird dein Agent automatisch scheitern. Wähle deinen Agenten aus der Kartenübersicht. Es herrscht große Anspannung, da heute der letzte Abgabetag für die Forschungsergebnisse sind. Sicherheitsfälle werden nach dem Prinzip mindestens eine 4 ausgewirfelt. Wähle. 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 Die Aktionspunktkosten pro Würfel steigen mit dem zusätzlich verwendeten Würfel exponentiell an. Drücke den Würfel. Nein, 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 ich will nochmal Würfel. Das war's. 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 Die Aktionspunktkosten. Was denn für eine Belohnung? Der Auftrag war nicht erfolgreich. Ja, sehe ich auch. Du kannst jede Zeit die Schicht. Vor dem nächsten Fall solltest du deine Agenten in einen der Läden schicken, um Ausrüstung zu kaufen. Wähle einen Laden aus. Oh ja, so viel Kohle habe ich jetzt wirklich nicht. Die Läden sind auf bestimmte Ausrüstungsarten spezialisiert. Die gleiche Ausrüstung gibt es möglicherweise in einem anderen Laden zu einem anderen Preis. Es lohnt sich überall umzusehen. Jede Ausrüstungskarte kann mit einer bestimmten Eigenschaft oder einem Puzzlebonus verbunden werden. Die Läden. Die Läden. Die Läden. Wähle einen Gegenstand und schicke den Agenten zum Laden. Die Läden. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich versuche jetzt das Fallset abzuschließen. Bin angekommen. Das ist ein Laden. Wir brauchen einen Fall. Ich habe noch sieben Aktionspunkte. Jetzt müsste sie ja eigentlich da rüber gehen, oder? Ja. Oh, das wird eng. Wie soll ich damit umgehen? Vielen Dank. Ja. Das ist natürlich blöd gelaufen. Oh Gott, man verliert auch. Okay. Wie war das jetzt mit Schicht beenden? Ja, du bist raus, Digga. Wir brauchen einen neuen Agenten. Ähm, wo war unsere... Da, ne? Ja. Wie höll ich euch Agenten an? Ähm... Achievement Baby! hat da ein neuer Agent mal gucken wo mein Päckchen ist die Dinge fangen an dir zu entgleiten verhalte dich unsichtig und versuche deine Zeit und dein Geld besser zu verwalten als ob ich das extra mache hallo das ist ein Laden ok wo ist der nächste Fall ich habe viel Gutes über ihre Firma gehört ich hoffe sie können mir helfen ich bin auf dem Weg zack machen fertig von wegen Schutzgeld das kann ich dir gleich sagen Hase das gibt es erstmal schön so läuft das nämlich verstehst du und Aktionspunkte haben wir 6 so ein Ding ist das ich sag's euch dummerweise war das keiner von der Fallakte sondern das war ja dieses Grauzonen Ding was ist denn da der Rest oder können wir jetzt zurückziehen mal gucken naja ich muss ganz ehrlich sagen dieses Fallset war eine Enttäuschung ich sitze hier nur rum und drehe die Aber du bist nah dran, Schatz, Aschenpuddel. Hol'n dir, Tischer, hol'n dir. Hol'n dir, Tischer. Ja, wieder nicht, oder? Weil ich als Scheiße würfel, du. Wir haben ja noch zwei. Oh, Stufenpunkte da. Oh, jetzt sehe ich auch mal, was es ist. Okay. Empathie, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Intelligenz, Stärke. Komm, wir machen sie richtig stark. Ich habe zwei Aktionspunkte. So, wo ist der Nächste? Jetzt haben wir gerade einen Lauf. Ich brauche Ihren besten Agenten bei diesem Sicherheitseinsatz. Ich fahre los. Ich bin unterwegs. Oh Gott, wir haben keine Aktionspunkte mehr. Nein, nein, nein. Schlecht. Jetzt bin ich pleite, oder? Ja, das war ja auch eigentlich, was ich machen wollte. Schicht beenden, Digga. Ja, das war ja auch. Hast du einen Job für mich, Boss? Komm, hol dir. Das ist dein Sicherheitsauftrag höchster Priorität. Ich fahre los. Das ist ein Strategiespiel, durch und durch. Bin da. Wie soll ich in dieser Situation vorgehen? Sie hat null Stärke, aber zwei Wahrnehmung. Oh, der sieht doch schon besser aus. Vier Kümmer gebrauchen. Sechs Kümmer gebrauchen. Sechs Kümmer gebrauchen. Hoffentlich reicht das. Mann! Ach, was will ich denn da machen? Du olle Zipper. Der Auftrag war nicht erfolgreich. Achievement, Baby. Lothar sieht doch gar nicht so falsch aus. Lothar sieht doch gar nicht so falsch aus. Also, wie kommt das jetzt bald? Also, mal gucken. Wie kommt das jetzt bald? Also, mal gucken. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich tun? Untertitelung des ZDF, 2020 Wann gibt's Mittag? Ja cool, ein Buff dazu gekriegt Ziel erreicht Ja, ich suche doch gerade einen Job, hallo? Ja, weil ich keinen Auftrag finde, du Scherzkeks Keine aktiven Fall-Sets Wenn du dir bei einem Fallreferenten einen gewissen Ruf erarbeitet hast, können Belohnungen entsperrt werden Jeder Fallreferent bietet einen bestimmten Vertragstyp an Wenn Fall-Sets abgeschlossen, die Leitung der Firma ist Jeder kämpft gegen jeden Dazu können wir uns Jeder Operationshinweis hat Hallo, ich bin Larry Der Fallreferent für 24-7-Fan Das hat ja schon ein komischer Haupen 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 Vielen Dank. Ich habe sechs Monate, um auf eine E-Mail zu antworten und dann, Alter, ihr seid ja ein komischer Hauben, leckt mich doch. Ich schließe Operation ab, um in der Geschichte weiterzukommen. Hank Stufe 1 erforderlich. Okay, also müssen wir ja Hank Names. Es sind bestimmte Bedingungen erforderlich. Ich muss Hank Ruf auf 1 erhöhen. Wir haben ja noch nicht so viele Punkte gemacht, ne? Hengst Fallset. Also holen wir uns wieder einen. Die hat noch sechs. Sie dürft wahrscheinlich auch wieder sehr eng wenn da runter. Schauen wir mal. Zielort erreicht. Wie soll ich in dieser Situation vorgehen? Wahrnehmung haben wir zwei. Intelligenz haben wir, glaube ich, null. Machen wir mal Wahrnehmung. Sechs ist gut. Ach, Kacke. Das reicht wieder nicht, ne? Alter, immer fehlt mir eins. Leider ist der Auftrag gescheitert. Die Ergebnisse dieses Filesets lassen sich auf jeden Fall verbessern. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, Hank. Da die jetzt nur noch vier hat, könnte aber sein, dass das noch reicht. Wir probieren es einfach mal. Ich hörte, du zahlst für Emotionen. Treffen wir uns. Ich hab gleich was für dich. Bin unterwegs. Wie soll ich damit umgehen? Minus 150. Schicht beenden, sehr schön. Dann warten wir, bis sie da oben ist. Ah, was du nicht sagst. Hier, die sieht doch günstig aus. Bekommen wir dafür Überstunden? Ich habe vier Kurze über Ihre Firma gehört. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich fahre los. Vielleicht haben wir hier Glück. Achievement, Baby. Zielort erreicht. Stärke haben wir. Empathie haben wir 0. Stärke haben wir 1. Oh Gott. Das geht wieder in die Hose. Job. Ausatmen. Vielen Dank. Mist! Ach, das kann ja nicht wahr sein. Leider ist der Auftrag gescheitert. Ja, dann lassen wir dich mal die Schicht beenden. Ja, dann lassen wir die Schicht beenden. Ja, dann lassen wir die Schicht beenden. Hast du einen Job für mich, Boss? Ich habe viel Gutes über Ihre Firma gehört. Ich hoffe, Sie können mir helfen. So gut wie erledigt. Bin da. Wie soll ich damit umgehen? Sieht aus, als wäre ich hier auf mich allein gestellt. Ja, nimm ihn doch an. Heißer Draht. Okay, dann sehen wir zumindest einmal den Puzzle-Aspekt. Verbinde die Drähte der Lenksäule mit der Zündung. Verwende den Schaltplan des Sicherungskastens, um die richtige Abfolge zu sehen. Ziehe die Lenksäule und Drähte heraus und verbinde sie mit der Zündung. Jedes Kabel hat eine Nummer, so wie der Drehschalter der Zündung. Der Schaltplan des Sicherungskastens zeigt die korrekte Reihenfolge. Wechsle zwischen der Ansicht der Zündung und der des Sicherungskastens hin und her. Und wie? Das sind aber keine leichten Dinge. Mahlzeit Reap. Okay, Röntgen. Überwache das Förderband, während Gegenstände von rechts nach links durchlaufen. Markiere nur die geschmuggelten Gegenstände in den Koffer. Achte auf falsche positive Ergebnisse. Oben, unten, links, rechts auswählen. Ja, jawohl. Wie wähle ich denn? Hier oben, unten, rechts, ist Seitenverkehrt. Das gibt's doch nicht. Wo ist das? Vielen Dank. Oh, das sind ja witzige Minispiele. Möchtest du das Pulto starten? Äh, ja. Ich wollte eigentlich das Tutorial mal sehen. Stift eindrücken links, rechts. Okay. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 2, 1. 5, 6, 2, 1, 3, 4. Was gibt da? Wow! Alter, wie viele Minispiel es da gibt. Krass. Videorekorder. Bereinige das Signal, bis das Video klar zu sehen ist. Was? Musik Das war heftig. Heftig. Okay, also ich muss das Bild in die richtige Position bringen. Irgendwie unlogisch, aber okay. Okay. Von dem Spiel. Speichern mal. So, das war unser erstes Eindruck zu Rogue Justice. Rogue Justice bei Dedelec Entertainment. Kommt raus. Müsste ich tatsächlich gleich mal in die Mails gucken. Mach ich grad mal. Am 20. Oh mein Gott. Okay. To successfully complete contracts. Manage your agency. Make the right decisions. Upgrade your agents. Assemble your team. Solve cases through puzzles, dice, and cards. With a mixture of logical, dexterity, and perception-based mini-games. Jim, we've got something to discuss. It's big. Deliver Rough Justice. Rogue Justice 84 bei Dedelec Entertainment. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt raus. Es ist hier wirklich nicht mehr schwer heutzutage.